Musik Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem Aufzug-Video. Hier war ein Tipperaufzug aus Münster, 2008 und das ist die Dreieck. Und er hat diese mit Lisa-Steuerung, wie ihr seht, ein bisschen getraubt, hier in ein Museum. Vielen Dank, vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video hier in LVDFAN. Ciao. Vielen Dank.